Neuer Krimi von Känguru Autor Kling Empörung, Wut und Hass vereint, der Protagonist des Romans ist der ehemalige Polizist Tom, der nach dem Tod seiner Frau in ein tiefes Loch gefallen ist. Als er eines Tages auf die Leiche eines Obdachlosen stößt, wird er in einen Strudel aus Korruption, Mord und Intrigen gezogen. Tom ist ein gebrochener Mann, der sich mit seinem eigenen Schicksal auseinandersetzen muss, während er gleichzeitig versucht, die Wahrheit hinter dem Mord aufzudecken. Dabei trifft er auf skrupellose Politiker, skrupellose Geschäftsleute und skrupellose Gangster, die alle ihre eigenen dunklen Geheimnisse haben. Kling zeigt in seinem Kriminalroman eine düstere Seite Deutschlands, in der die Reichen immer reicher werden, während die Armen immer ärmer werden. Er kritisiert dabei auch die Gleichgültigkeit vieler Menschen gegenüber den Problemen in ihrer Gesellschaft. Die Empörung ist ein Packender Krimi, der den Leser von der ersten bis zur letzten Seite fesselt. Kling beweist mit diesem Buch sein Talent nicht nur für humorvolle Satire, sondern auch für ernste und spannende Geschichten. Klingyang